heimt herzlich willkommen zu einer weiteren runde let's play minecraft mit david und tim ich bin immer noch auf der suche nach gast tränen ich brauche insgesamt 16 stück irgendwelche ich weiß nicht wie viele haben noch ein paar in der oberwelt und ich habe drei schon gefunden ja so jetzt würde ich gerne wissen wo sich dieser gast befindet dankeschön bitte ich habe leider nicht erfahren das ist mir egal das war so Prozent die Klinik in der Richtung und 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 du 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 dann geht ab die hier ja als Gott ich weiß nicht hilfreich es ist so langweilig während der Aufnahmen Das war eigentlich schon Diss, ne? Ich weiß. Das ist nicht nur das Zuschauer langweilig ist, das Jogger ist langweilig. Mann, hier ist euch schon wieder diesen Gast und ich weiß nicht, wo er ist. Ah, Leute, der ist direkt vor meiner Nase. Das ist so viel Feuer für meinen Geschmack. Komm her. Come and me, Bro. Ich will dich nur abschießen, aber bitte aus ganz nahe Entfernung, weil das macht keinen Sinn. Komm hoch, Digga. Hui. Das ist Entertainment pur. Hey, bei mir gerade ist echt spannend. Ja. Das ist wirklich so. Nur noch ein Gast. Oh mein Gott. Oh shit, hier ist ich gerade fast runtergebuddelt und wäre gestorben. Holy shit. Hilfe. Hilfe. Gast. Ganz viele Gast. Oh shit. Abgrund. Ah. Aua. Oh. Oh. Ist der Gas gerade mehr oder weniger nervig? Oh, ist direkt vor mir. Aua. Hier ist Gunpowder. Hier sind EP. Hier heißt, keine Gasdrehen. Hat der andere Gasdrehen noch fallen lassen? Ich hoffe schon. Wenn nicht, wäre es ärgerlich. Wenn ich nur fünf Essen habe, dann gehe ich zurück, gucke, wie viel Gas drin wir haben und dann gehe ich wieder hier rein. Dann aber mitessen. Nee, nee. Ich lasse das Essen dann ganz da und dann scherbe ich. Ach, aber es ist richtig schön! Neue mal, Nic. 值 jargique. Halk villa. Kost کی die eigene Hintergrundsucheen. Das hat해서il auf die Suche gelungen. im halben es ist nicht als für die alte Bedeutung der Betracht es ist scharf er hat das ist die ganz schnell als war das an 20 der Topf wenn die Topf dieses ist Prozent nur ist das ist wie so ein gas spürgerät weißt du immer da ausgeschlagen da hast du bist du das ist halt falsch aber okay das ist wäre platz 15 laut dem ding aber okay wo bist du gast ich höre dich was du kommst von links das geräusch kommt irgendwie immer von links jetzt kommt rechts die ganze nach links drehen und man kommt rechts noch zwei stück ich sehe keinen wo seid ihr denn ich bin hier in der overworld stp wo seid ihr denn alter ich höre die ganze zeit unter die ganze zeit so so der ist ja auch eine katze das ist mir klar aber du hast gerade so als wärst du eine Katze äh what the fuck alter Tim what the fuck entschuldige, mein Handy war auf an boah du Garst ey du regst mich mehr auf als alles andere gerade wo bist du was ist das schlimmste weißt du du hörst die ganze Zeit du suchst Garst hörst die ganze Zeit aber weißt nicht wo die sind das kommt doch von dahinten da 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 hab ich dich kurz gesehen du dummer Garst wie komm ich da runter gar nicht hast du recht fuck ich hab ihn gesehen ich hab ihn gesehen ich hab ihn gesehen muss ich da nur irgendwie runter kommen da komm ich nirgendwo runter außer indem ich sterbe aber das war jetzt nicht unbedingt etwas was ich tun wollte war jetzt auch nicht wirklich innovativ aber okay jetzt hab ich wieder zwei okay hier muss ich runter so hier hab ich noch was in mir oh shit zwei Garst scheiße der auf mich der weiter weg ist ey Garst battle der Weg zum Ende ich hab den Weg zum Endboss gefunden und jetzt bin ich den Endboss wow erster Endboss down wow ich glaube er hat keine Gasträne getroppt wow nein nur Gunpowder wow 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 da sind hinten so Nummer zwei ey das ist wie die Hydra ey ich siege einen Kopf es kommen zwei neue wow krasser Endboss fight gegen die Hydra wow Gast Hydra Modus activated ey wow da ist aber echt wow 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 ja ein Gasträne wow ich bin jetzt in der Alarmalage wow 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 w---- w---- geh so rein ist irgendwas wo OP noch oder hab ich die schon ne ich glaub ich hab schon da drin ist nur ein Wither Skelette den kann ich ja eigentlich gar nicht widerstehen einmal drauf zu kloppen Holy Shit achso ANNOCHEN GAST SO IST GOT Meu Freund wo ist jetzt das schwarze skelett hin hier muss ich überhaupt drauf easy wann da vielleicht sicherlich ist ganz powder weil sie vielleicht auch man wird die Gasträne das ist mit der Skeletten wir müssen weil es nicht wir gab es gerade etwas toll ich habe auch fest für mich toll wird was machst du kommt dann siehst du es Prozent weise eben wo ich habe die Straße abgebaut werden da kommt ja doch und schon die gas vielleicht mal die kunden der festung merken sollen ich gehe mal zurück zur festung merken wir konnten hatten wir schon viel gas trennt ist gar nicht mal so schlecht dann schon mal ein viertel wow wir haben in der oberwelt manchmal auch noch fünf oder so aber ich bin mir nicht sicher soweit bin ich schon gekommen was machst du kein geheimnis noch wow wow nein es wird kein tunnel kann ich dir schon mal sagen denn gut ist ein Eingang wird eine Brücke nochmal das ist kein Tunnel wofür das sind es ist ein Eingang ja wofür ist es ein Eingang momentan wird noch nirgendwo hin siehst du doch oder er fragt wohin das für uns wird das ist ja sein Geheimnis habe ich doch gesagt er will aber wissen was ist nee brauchst nicht das obwohl ja doch ich habe Warte mal tschüss so Gas dann nicht nur da hinten hin und dann grad mal grad nicht mal wie alles kaputt ist ist das hier das im Nether war ihr im Nether bei der Festung dann nur ein bisschen weil ich es alles verdient also ist alles was besichtigt ist zu tun die ähnliche weitergaben sie sind die Blöcke eh auch den Boden am besten auch rausgrabten da kommt der Boden rein so ganz einfach hier hoch so ich glaube ich jetzt auch nochmal schon mal raus so nehmen wir neues Essen äh guck dir mal das Haus an jo mach ich hab ich mit den Bäumen verbunden oh shit quasi eine Symbiose war richtig krasses Knowledge raus zu hauen alter wow wow scheiße warte mal Moment da guck ich erstmal wie viel so so Gasträne boah krass wie ich nehm aber mal alle Gastränen aus der Dings Farm ne was also ich hab jetzt alle Gastränen aus der Farm genommen ja mach ruhig ich hab mehr Rohr ja ich hab grad einen Error ich hab grad einen Error ich hab kurz aufgenommen wir hab gestürzt aber nein ist einfach nur ein Error und so ein Windows 8 Error Sound gekommen ey Windows 10 noch nicht habt ihr Windows 10? ja hab ich ich finde die Sounds sind schrecklich ich hab die Windows 10 und hab ich auch noch runtergeladen dann ich hab erstmal jetzt hab ich wieder zu Windows 7 und bin sehr zufrieden ich hab bei Windows 10 erstmal alle Sounds rum geändert ey alle das nervigste ist halt alles Sounds oh oh fucking Putti eh ach das war der das war der Error eh das ist ja was abgestürzt aus auch Hubsala alter oh shit ich glaub wir haben wir jetzt n problème das baust du dazu oh shit ihr werdet euch wahrscheinlich gleich aufgeregen oh shit was denn werdet ihr gleich sehen Prozent Stattel ich glaube ich wusste können auch sagen wie es aber ich hatte das Problem er gab es nicht Prozent auf diesem einen Server und das Haus gehört nicht mehr uns man kann nichts mehr setzen das ist wieder auf was man zu machen was brauchst du da und wer drauf die Höhe die die Küche was das das war der Knoll Prozent gut wollen wir mal neue Begriffe und auch auf und zumal da wird und das ist ein Haus das ist ein Haus der Dänen mit Prozent und müssen neben das Haus so gut sind und reißen die Leute das Haus der Geist Prozent und soll es auch nicht mehr Prozent 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 der Welt ist aus dem Haus die Piers da würde ich jetzt sagen dass was auch folge jetzt play microsoft zusammen mit dem weg das positive bettung da und schon wieder